Willkommen zurück zu Minecraft TechEdLight Folge 2 mit Markus und Sven habt ihr schon labern hören in den Aufnahmen anfangen Wow Silberfisch Töte Sven Silberfisch Attacke Er kann mich nicht töten alter so lange ich Energie hab er nicht unverwundbar Das stimmt du hast ja das komische Ding da Ja Silberfische sind die Spezialartiker nicht dort Eben die dürfen das Dürfische sind einfach böse Alter da Regen geht mir wieder hart auf die Nüsse Aber habt ihr Dorn voll Alter Oh ich hab Endermen mit zwei Hinten zerknommen Ich hab Endermen bei uns im Keller rum Weißt das können sie gar nicht so bis zum Keller rum Das kommt damit her dass ich nicht teater Das macht man nicht man cheatet nicht wir sind keine Cheater Aber auch dann kann man sterben Ja sonst sind es die Leute nicht wir wissen es ja nicht dass wir cheaten Achso ja der Futur Der Futur ist bei der Tita Eigentlich war Die sind beide von der Tita wenn das genau ist Sven ist voll der Tita Der hat so ne Weil er alles kaputt macht Alter Der macht halt einfach nichts Deswegen kannst du nichts kaputt machen ich weiß Wenn du mal was machen jetzt kannst du aber es geht doch was schief Ich hab das jetzt alles repariert Ich bin aber kein Techniker bist mit einem Foto rüber Das Thema lassen wir sie ja Ähm es gibt bald ein neues Minecraft Aua Minecraft 1 Futur Hast du dieses Minecraft Adventure Ding da von Minecraft und wie sowas Wie bitte? Was? Du musst mal deinen Keller fixen Warum? Du musst mal deinen Keller fixen Hast du es kaputt gemacht? Nein Beziehungsweise deine Idee Fack grad deinen Keller ab Der war zu groß gebaut Was denn? Enderman? Nein Meinst du ich lass von dem Enderman unseren Keller crashen? Na von was dann von Silber fischen? Nein Die können auch keinen Keller ficken Nur Creeper können ficken Deine Beleuchtung kann einen Keller ficken Normals ist die selbe Beleuchtung wie vorher Aber lass mich raten Creeper ist gespawnt Alter Nein Die neue Beleuchtung kriegt den Keller Und du hast es dir gewünscht Also musst du das Problem lösen Ja wenn ich meine 236 hier verbaut habe Dann komm ich rüber Wenn du in den Keller reinlust Weißt du sofort was ich meine Ja ich guck mal es gleich an In der Aufnahme ist es ja auch praktisch Ich habe jetzt mal ein Drittel von der Fläche mal planiert Ich hab hier kein Ding mehr Ich komm mal rüber Boah alter ist es riesig Wie viel groß haben wir es gemacht? 64 mal 63 oder so irgendwas Ja Ach du Scheiße Ne 64 mal 64 Du wolltest es gerade ratisch haben Ist ja nicht unser Problem wenn du so ein Ding bauen willst Ich baue immer gern groß Alter irgendwas leckt dir ein bisschen Ja du musst ja auch irgendwie Da so wieder was gut machen ne Alter was hast du hier getrieben Du machst hier absoluter Bullshit Ben Nein ich mach nicht vollständig mach das was du dir gewünscht hast Jetzt hast du halt den Weg verlegt Ist doch egal Im Glauben Watt wo kommt jetzt den Küber her alter Oh Markus blow ist ab Nein Ich hab mir schnell genug reagiert Kommt der jetzt wieder hier der Wichser Wie kommt der da rein? Wie kommt der da rein? Wie kommt der da rein? Wie ist das so? Ist ja der reingekommen ey Stone Ich frage Stone Da haben wir doch Ne ist für Monster Stone Stein Das ist doch ein Tablet Echt? Echt? Ja und es funktioniert im Keller Nein noch kein Tablet Hast du mit dem Tablet gemacht? Ich wollte Wir haben kein Pflaster Stein mehr Bist du mich verarschen? Ohne Scheiß das hast du mit dem Tablet gemacht Foto So ein Ding da was ich in der Hand habe Ah doch Wireless Terminal Ja Ich glaube der hat gedacht das Tablet da ist Ja Der sagt Tablet dann meine ich auch Tablet Wir haben keine Steine mehr Das ist doch jetzt kann Wir haben echt gar nichts mehr Ja dann Farm halt ne Wir haben Höhlen Viele Höhlen Du hast mir gesagt ich soll deine ganzen Dinger die Steine fressen lassen Ja aber die haben jetzt 40.000 Steine weggefressen Ja Aber du hast doch das Steinkammer Mit dem kannst du doch arbeiten Nein die will ich nicht sind kacki Du bist kacki alter Echt kacki So Keller ist wieder gefixt Jetzt habe ich keine Fackeln Dann nehme ich grad die Keller ist wieder gefickt Ja fast Warum steht dann der Fackel mitten im Weg So Autsch Ey hier unten darf echt kein Creeper spawnen Alter werdet ihr uns wegficken Ja ist echt so Wenn da unten ein Creeper spawnst Dann sind wir am Arsch Ja dann mach ich nur kacki denn Und dann ist die ganze Energieversorgung wieder am Arsch Ja das cheaten Ja dann cheaten wir wieder genau Ja dann cheaten den Futur Aber wenn hier jetzt ein Creeper spawnen Dann ist eh Futur schuld Die Leuchtung war ja seine Aufgabe Ja ist immer meine schuld Ich weiß Ich bin Leuchtung ausser aber Ich habe keinen Bock mehr Sven komm mal rüber Mach mal das für mich fertig Ja ich habe keinen Bock mehr Sven komm mal rüber Mach mal das für mich fertig Ich habe keinen Bock mehr Ja man kann jetzt auch mit der Oculus Zwift minecraft spielen Anscheinend dann Also so 3D mäßig im Raum Dann kannst du richtig rumlaufen Das war zum gescheit machen Hattest du doch nicht? Hä? Hast du das noch nicht? Hast du mal die PKs angeschaut? Von Ding Ich glaube der schafft dir nichts an Nein Ich habe nichts besseres zu tun Nee du hast nichts besseres zu tun Hast du überhaupt die Pressekonferenz von Ferdinand mal gesehen? Nein Ich habe nichts besseres zu tun als Pressekonferenzen anzugucken Ich brauche dafür nicht mal die Pressekonferenz angucken Um das zu wissen Gäbster zum Beispiel geht's auch noch Habe ich mir die neueste geholt Apropos bald gibt es ein Assassin's Creed Auf unserem Kanal Sind die Keters? Nein Naja das wollte ich anspielen konnte ich nicht Ähm Nein Das mit der Frau Wow Wettest du drin Ever Das kam letztes Jahr auf dem Magen Ähm Was meinst du? Ja weil das mit der Frau alter Ich glaube ich weiß aber ich weiß nicht wie es heißt Das ist aber auch schon alt Brauchst du gar nicht mehr Brauchst du nicht Will ich aber Ich will spielen auf jeden Fall Dann spiel Nee Und es gibt äh das Pre-Alpha Spiel Das will ich auf jeden Fall äh Let's play mal Das sah gar nicht mal so schlecht auf Gamescom aus Sub-Merch Weil es auch immer heißt Ich spiel also Und sonst wie Alpha Ja hab ich im Pre-Alpha-Code Achso Was das? Was das wo du geschickt hast Genau Guckst du auch mal in dein WhatsApp rein Markus Check doch nicht wie WhatsApp funktioniert Nein Nein Ich hab nur nackt vor dem PC Ich hab nur nackt vor dem PC Alter Du bist ein Spinner Was soll warten Ja das schon Ja das bin ich Ich will dass das alles ließen Aber ich hasse spinnen Oh Du bist ein Spinner Du bist ein Spinner Das ist rass Voll egal wo ein ey Ja Karl und das mit der Frau Das mit der Frau Das mit der Frau Ey die Beschreibung finde ich aber noch best Ja Karl Ja es ist das denn Ja das mit der Frau Was du meinst Aber ich hab den Nackenschmerz Ich kann mich nicht umdrehen Nimm mir liegt die CD Aber ich sehe es gerade nicht Wo die Läge Ich hab mich ja jetzt hörbeum War das sehr behindert Ähm Liberation Ähm Ja Postal Hättest du nicht ein Jahr schon länger älter oder nicht Echt? Das ist schon Das ist schon länger älter Zwei Jahre Drei Jahre alt Ja und dann mach mal eben Rekrolet's Play ist mir egal Ich will das anzocken Ja zack's Mach ich auch Ich glaub die Jürgen hat doch keiner erzählt das war auch ohne YouTube sacken kann Ja Jetzt mach ich Eve Und Woll Wall of Worship Also Leute Das müssen wir mal erklären Das müsst ihr mir jetzt mal erklären Es gibt Ihr kennt auch alle World of Worship oder? Ja Ja Bankerspiel Bankerspiel ist Ja Richtig Genau World of Airplanes Und World of Airplanes Warum Banker? Hä? Erklär mir Weil du ab einem bestimmten Level ohne die Banken keine Chance mehr hast Ja Weil überall Banker Ja Das spiel so als Level 6 gegen Level 10er Schiffe und so Ja und? Banker Wir merken dass wir nicht weiterkommen kaufen sie sich einfach Level 10er Schiff Dann kämpfst du die ganze Zeit gegen Level 10er Schiffe und die nicht one hit und du brauchst 8 Schuss um die zu treffen oder so Ach so Das ist das ist halt echt nicht lustig Ja Auf jeden Fall Die haben einen Stand Warnet Gaming hat einen Stand auf der Gamescom gehabt Ein ziemlich großen Stand Schön gemacht Hat mir auch gefallen War ich auch davor gestanden und hab mir das angekauft Aber wie gehirn amputiert muss man sein Das ist free to play Wie behindert muss man sein Ja Drei Stunden lang anzustehen um ein free to play Spiel auf der Gamescom anzuzocken Also da müssen ja schon jede Menge Gehirnzellen abgestorben sein um sowas zu machen Also es gibt Leute die gedacht Gamescom mit anderen Leuten zusammen über viele zu diskutieren die sie dort anspielen Was hast du auf der Gamescom gemacht? Nein nicht diskutieren die haben sich angestellt um World of Warship dort zu spielen an den PCs von Warnet Gaming Ja und danach wahrscheinlich mit irgendjemand der auch das dort gespielt hat über das Spiel zu reden Nein die sind angestanden das waren ganz wie Blizzard Ja natürlich davor haben sie sich angestellt und danach werden sie wahrscheinlich mit irgendjemandem freund Irgendjemand den sie genau haben keine Ahnung was über dieses Spiel geredet haben oder? Ja aber ich stehe doch nicht für das Spiel drei Stunden lang an wenn es ein free to play ist Drei Stunden lang zickzack durch die Messe läuft oder anstehst das macht kein Unterschied Also wenn ich auf die Gamescom gehen würde ich mich auch für Spiele anstellen Natürlich ich habe mich auch Würde mich aber nicht für World of Warplanes anstellen Ja ich würde ich stelle mich auch für Spiele an für Spiele wo ich nicht free to play spielen kann Aber das Spiel kannst du runterladen ich habe heute morgen zwei Stunden lang das Spiel gespielt und gut ist Weißt du ich stelle mich doch nicht auf der Gamescom da gibt es so viel geileren Scheiß wo du sonst nichts siehst Dann stelle ich mich doch nicht bei World of Warship an Oder World of Warplanes Äh wie viele Böcken brauchst du? Wie viel Böcken brauchst du? Wie viel Böck davon? Da muss doch die Engwurst fehlen um das zu machen Ja das ist echt Das ist echt dumm Und ich habe gerade wieder zwei Stacks Koppel rein Einen Koppel brauche ich nicht Und die sind wieder weg Ja Wurde weg Weißtex auf einen Schlag einfach weg Juhu aber Dirt ist gut Ein Mathe ist kann ich da hin Hier und das Ding dann an aktivieren Aha ja tatsächlich Ja guter schau mal in unserer Hütte drin Äh ist jetzt die Beleuchtung Also in der Burg drin Warte mal ich guck gleich aus dem Fenster Ich muss erst mal ein paar Dirt Blöcke rausnehmen Dann ist es auch nicht zu langweilig Aber die Folge ist auch gleich Ich kann mir das mal ohne Nightwishen angucken Ja Dann habe ich nämlich jetzt bisschen was zu bauen habe So geht's doch schneller Zack So ich habe mal 1000 Dirt Blöcke mitgenommen Ja sieht gut aus gefällt mir Hast du gut gemacht Sven Oh fuck Kannst du das jetzt Du kannst doch das jetzt an Ding anschließen Das mit dem Lichtsensor Für den wo der Markus gebastelt hat Das es nachts angeht oder Der ist ja mit dem Red Power Oder Red Ding da Das müsste es eigentlich machen können Weil mit Redstone Ding gibt es ja nicht Aber den wo der Markus gebaut hat Den müsstest du verwenden können Wenn mich noch alles teils Das war Jetzt gibt das Signal raus Ja da muss ich halt Konvertierer bauen Genau Ja kann ich machen Dann machen wir das so Dann kann es nämlich nachts anschalten Hausdach oder was Genau Oder hinter die Burg irgendwo hin Wo es nicht so auffällt Irgendwo wo die Sache erscheint Auf jeden Fall Genau Und dann geht das nachts an und tagsüber aus Dann ist doch mal geiler scheiß Ich mag das wenn es ein bisschen Technik hinten dran steckt Ich tue mal ein bisschen Lehmfarm Noch Leben haben wir auch nicht so viel Ähm Also zumindest gerade im Moment Wenn du dir nur den Helm baust ist es auch gar nicht mehr so teuer Ja Der ganze Anzug ist arsch teuer gewesen Richtig Aber wo hast du denn das wieder gesehen Was Und dass man sowas bauen kann Richtig schon Achso Hast du nur die Dafür brauchst du halt Ressourcen ne Ja Es ist ja erst der zusammenfahrend Ich schon wieder Warum sind jetzt Was denn Was motzt du schon wieder Schon wieder Schon wieder Ja wir haben irgendwie Die ganze Zeit in die Luft Das ist halt ein Problem Da wo der Markus ist Hat es mich auch immer verrissen von Queed Das Die Sponsor Da hinten ganz Wiese Darum wiese Und das sind Berge mit Schatten Das von der Creeper Oh 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 Wie groß ist das Dach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 Scheiß um Butter Wie sieht das aus? Zeittechnisch Zweitechnisch Haben wir noch ein Minütchen Bei 10 Blöcke Das heißt Ich würde auf die mittleren blöcke halte leckt das ein bisschen vor terraform ist sowas und stupide aber das muss auch mal sein leute für das riesenprojekt schickt man immer das nächste mal und sehen werden wir hier richtig gerne scheiß bauen können endlich mal dass sie mal zu ist oder auch nicht dauert noch ein paar folgen aber wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ein bisschen raus und tschau